Heute geht es um die aktuelle Lage an den Börsen, die nicht einfach ist. Es geht um die Prognose von einem Analysten von der Rabobank, die sehr düster ist. Und es geht aber auch um eine grundsätzliche Frage. Nämlich, nachdem wir jetzt seit über 40 Jahren eine Rallye haben an den Börsen, nachdem sie jetzt 40 Jahre lang gelaufen sind, wie verrückt. Was können wir als Anleger jetzt überhaupt noch erwarten für die nächsten Jahre? Bis gleich! Woran erkennt man Anlagebetrug? Was erzählen einem die Leute, wenn sie einen über den Tisch ziehen wollen? Zum Beispiel, sie bekommen eine Mail aus Nigeria vom Prinzen von Zamunda. Der will Ihnen unbedingt ein paar Millionen schenken, aber vorher braucht er Ihre Hilfe. Also schicken Sie doch bitte erstmal 45.000 Euro. Oder, ja, Sie kriegen Ihren Firmenkredit, aber es gibt leider Vorkosten. Also kommen Sie am besten mal mit einem Geldkoffer nach Holland. Oder hier bei Spiegel TV der neueste Trick. Buchabzocke! Kaufen Sie unsere tollen Bücher, am besten gleich eine ganze Serie. Und wenn Sie die dann haben, dann zeigen wir Ihnen, wie Sie die dann ganz teuer wieder weiterverkaufen können. Vorauszahlungen, Vorkasse, Schneeballsysteme. Es ist immer das Gleiche. Das große Geld, das kommt ganz bestimmt, aber bitte erstmal zahlen. Bitte erstmal Kohle auf den Tisch. Kommt Ihnen das als Anleger nicht bekannt vor irgendwie? Sind Sie nicht auch schon mal beim Anlageberater gehockt und der hat dann gesagt, Sie müssen was mit Aktien machen. Und als Sie dann gesagt haben, ja, aber Aktien, die schwanken doch so stark. Da hat er dann gesagt, nein, die schwanken nur kurzfristig. Mittelfristig werfen Sie immer im Durchschnitt 6 bis 8 Prozent Rendite pro Jahr ab. Das ist statistisch bewiesen. Sie machen dann schon Ihren Schnitt, aber jetzt bitte erstmal Geld rein ins System. Und dann sehen Sie schon. So läuft es doch meistens. Und ich komme auf das Thema noch zurück. Im Moment ist es aber eben wieder so, dass viele Anleger sich Sorgen machen, die Rechnung könnte vielleicht erstmal doch nicht so richtig aufgehen. Das ist von gestern der Fear and Greed Index von CNN, der Angst- und Gier Index. Das ist ein Stimmungsindex. Inzwischen sind wir schon wieder bei extremer Angst. Vor einem Monat waren wir da noch bei Gier. Und im Sommer, da waren wir sogar zwei Monate lang noch bei extremer Gier, wo man also absolut keine Gefahren gesehen hat am Markt. Und hier ist der breite Standard & Poor's Index auf einem Jahr. Seit einem Jahr läuft eben die Erholung. Und wir waren ja auch schon fast wieder auf dem alten Rekord hoch. Aber jetzt ist der Markt eingeknickt. Und es ist zwar noch nicht dramatisch, das Ganze. Aber der Aufwärtstrend ist jetzt erstmal kaputt. Warum die schlechte Stimmung? Es ist natürlich der Zinsschock. Die Marktzinsen, die sind plötzlich doch noch durch die Decke gegangen in den USA. Hier zum Beispiel der Zins auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Anfang der Woche waren wir plötzlich wieder bei über 4,8%. Und das ist ganz erstaunlich, weil im Mai, da waren wir nämlich noch bei 3,3%. Und man hat sich damals ja eigentlich gedacht, das Thema ist doch schon erledigt. Die Inflation geht jetzt ja wieder zurück. Und jetzt aber trotzdem dieser starke Anstieg. Und hier haben wir das Ganze nochmal auf 20 Jahre. Und wir sehen, der Zins ist jetzt so hoch wie seit 2007 nicht mehr. Und wie wir alle wissen, hohe Zinsen, die belasten nicht nur die Wirtschaft und die Staaten und die Verbraucher, sondern schlimmer noch, sie machen Aktien natürlich relativ zu Bonds unattraktiver. Hier das Equity Risk Premium für den S&P 500 Index. Die Grafik ist von Reuters. Wie hoch sind die Gewinne der Unternehmen bewertet schon am Markt relativ zu den Zinsen für 10-jährige Bonds. Und da sehen wir schon, der US-Aktienmarkt ist im Moment so unattraktiv wie seit mindestens 2010 nicht mehr. Und es hat dieses Jahr ja auch viele gegeben, die gesagt haben, die Börsen stehen zu hoch. Und man hat die Leute aber die meiste Zeit belächelt. Jetzt hört man aber inzwischen doch wieder ein bisschen genauer hin, was die sagen. Und Pessimisten gibt es einige. Und ich habe heute aber mal jemanden Speziellen rausgesucht. Nämlich Michael Avery von der Rabobank. Weil er ein bisschen anders argumentiert als die anderen. So sieht er aus. Das ist aus einem YouTube-Interview mit ihm. Wobei man sagen muss, so ein richtiger Sonnenschein war Michael Avery noch nie. Die Prognosen von ihm, die sind schon eher düster meistens. Hier zum Beispiel, Deutschland wird ein Entwicklungsland. Und die aktuelle Marktprognose von ihm, die habe ich von der Seite von Investing.com. Da ist sie breit dargestellt und wie man hier sieht, auch wunderschön bebildert. Und die Originalstudie liegt mir nicht vor. Das Ende der Aktienmärkte heißt hier, selbst 1929 war es nicht so schlimm. Und ein Kernargument von ihm ist, so wie bei vielen anderen, so schnell geht die Inflation nicht mal raus aus dem System. Aber eben nicht nur wegen Öl oder wegen einem Arbeitsmarkt und solchen Sachen. Sondern weil sich die Welt eben auch stark verändert hat und nicht mehr die gleiche ist wie vor 4-5 Jahren. Was man vor allem sehen würde am Verhältnis zwischen den USA und China. Die zwei größten Volkswirtschaften der Welt. Die USA belegen Huawei mit Sanktionen. Sie verbieten den Export von Chips nach China. China im Gegenzug verhängt Exportkontrollen auf wichtige Metalle. Verbietet auch seinen Staatsangestellten inzwischen, dass sie iPhones benutzen im Dienst und so weiter. Immer mehr Konflikte, Abgrenzung, Protektionismus. Und damit aber eine Schwächung von Globalisierung, von globalem Wettbewerb und von Outsourcing. Und all die Dinge, die eben jahrzehntelang die Gewinne von den Unternehmen hochgetrieben haben. Und die die Inflation gleichzeitig unten gehalten haben. Und das seien eben neue Probleme, die eine Notenbank nicht lösen kann. Und ich finde das auch schon erstaunlich, eigentlich ja seit Jahren, dass man sich über diese ganzen Handelskonflikte zwar schon Sorgen macht, wenn es um China-Aktien geht. Aber für die anderen Börsen ist das ja anscheinend völlig egal. So, als wären die anderen Länder von sowas irgendwie nicht betroffen. Und als wäre China für die anderen Länder nicht auch irgendwie wichtig. Und das nächste große Problem von Michael Avery, das ist die Politik in den USA selbst oder das politische Personal da. Und man hat ja immer so ein bisschen das Bild vor Augen, ja die Demokraten, das sind die wirtschaftsfeindlichen und das sind die unsoliden. Aber die Republikaner wenigstens, wenigstens die sind gut für die Wirtschaft. Und das sagt er, das ändert sich aber auch gerade ganz massiv. Die neuen Konservativen in den USA, die haben mit Marktwirtschaft und mit Freihandel und mit Finanzmärkten und so weiter überhaupt nichts mehr am Hut. Und er verweist da zum Beispiel auf die Schriften und auf das Programm vom American Compass. Das ist ein Think Tank von den neuen Konservativen. Und da werden zum Beispiel Importzölle auf alles gefordert. Und die sollen so lange steigen, bis das amerikanische Handelsbilanzdefizit weg ist. Dann sollen von allen Industriegütern in Zukunft mindestens 50% in den USA hergestellt werden. Und dann will man auch den WHO-Status von China nicht mehr anerkennen. Und China soll auch keinen Zugang mehr kriegen zum amerikanischen Kapitalmarkt und so weiter. Und sie sind auch grundsätzlich stark finanzmarktfeindlich und wollen auch den Finanzsektor stark beschneiden. Und wie es so laufen kann mit diesen neuen Republikanern, das haben wir ja jetzt wieder gesehen. Da ist Michael Avery von der Realität jetzt ja schon wieder eingeholt worden. Wir haben jetzt ja wieder fast einen Shutdown gehabt in den USA. Und das ist ja schon fast völlig normal. Das nimmt ja auch keiner mehr zur Kenntnis fast schon. Und da sind auch beide Parteien schuld natürlich dran. Aber jetzt haben sie wieder nur 45 Tage Aufschub bis zum nächsten Shutdown. Und weil sich die Republikaner aber gerade noch rechtzeitig geeinigt haben mit den Demokraten, darum hat die Minderheit bei den Republikanern jetzt den eigenen Repräsentantenhaussprecher gestürzt. Und wie in so einer Lage jetzt der nächste Shutdown verhindert werden soll, das kann jetzt wirklich keiner mehr sagen. Und ich habe schon Sympathien für Leute, die jetzt mit Nachdruck die Neuverschuldung stoppen wollen in den USA, weil die ist wirklich ganz extrem. Aber das ist natürlich eine Chaos-Truppe. Aber so oder so. Also egal, wer die nächste Wahl gewinnt in den USA, für die Anleger wird es sehr wahrscheinlich tatsächlich nicht besser. Nur reicht sowas schon dafür, dass man einen Crash ankündigt wie 1929? Die Krise damals, die war wirklich unglaublich schwer. Sie hat ein ganzes Jahrzehnt lang gedauert und die Industrieproduktion in den USA ist damals um fast 50% gefallen. Und der Dow Jones Index, der ist bis 1932 um mehr als 80% gefallen. Und er war auch erst ein Vierteljahrhundert später wieder auf seinem alten Hoch. Ich würde so einen Crash jetzt nicht völlig ausschließen. Also wenn wirklich jetzt noch was ganz Übles passiert, aber so auf der Basis von Deglobalisierung und von Geopolitik und von dummen Politikern, ob das die Börsen jetzt wirklich nochmal so runterreißt, das finde ich schon fraglich, weil davon haben wir die letzten Jahre auch schon viel gehabt und die Börsen haben es trotzdem noch halbwegs gut überstanden. Es muss also schon viel zusammenkommen, damit sowas wirklich nochmal passiert. Die Lage im Moment ist natürlich nicht einfach. Und was die Zinsen betrifft und die Inflation, da verweise ich auf mein Video zum Beispiel von Mitte August. Ich habe damals auch gesagt, die Stimmung am Markt ist viel zu gut und dass es vielleicht keine schlechte Idee wäre, wenn man sich jetzt mal ein bisschen defensiver wieder positioniert. Und ich muss natürlich auch nicht betonen, ich freue mich natürlich, wenn Sie in Zukunft auch andere Videos von mir anschauen und wenn Sie meinen Kanal auch abonnieren. Und wenn Sie dabei auch auf die Glocke drücken, dann kriegen Sie in Zukunft Videos von mir auch angezeigt und verpassen da auch nichts mehr. Aber gut, was jetzt den Markt betrifft, wir haben noch Luft nach unten im Moment und dass die Zinsen jetzt nochmal so stark gestiegen sind, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und dabei war das Ganze ja noch nicht mal abwegig. Erstaunlich war eigentlich, dass Sie vorher im Sommer schon so weit unten waren, ja deutlich unter dem Leitzins. Das darf man auch nicht vergessen. Weil man sich einfach gedacht hat damals, das gibt sich ja alles wieder schnell. Aber an der FED liegt das Ganze nicht. Die hat die letzten Wochen nichts anderes gesagt, als sie schon das ganze Jahr sagt. Nur es hat ihr ja das ganze Jahr über keiner geglaubt. Und wie gesagt, es hat viele Pessimisten gegeben für den Aktienmarkt, aber der Aktienmarkt war eben so stabil und er ist so gut gelaufen, dass die Pessimisten alle irgendwann mal einfach kapituliert haben. Und das ist das Hauptproblem. Zu viele Marktteilnehmer, die alle immer noch glauben, eigentlich kann uns doch gar nicht viel passieren. Und damit nochmal zu Michael Avery. Er hat nämlich noch ein drittes Argument, warum es nicht gut aussieht für die Börsen. Weil nämlich die meisten Anleger glauben, dass die Welt eben immer noch so ist, so wie in den letzten 20, 30, 40 Jahren. Und auch die Profis glauben das oder würden das glauben. Die, die viele Milliarden Dollar verwalten. Die glauben, dass sie immer alles richtig gemacht haben in der Zeit und dass es sowieso nichts gibt, dass die Börsen wirklich richtig runterdrückt. Noch nicht mal sowas wie die Covid-Pandemie. Und das sei aber ein fundamentaler Irrtum, weil diese ganze Rallye jahrzehntelang, das war nämlich eine schuldenbasierte Marktanomalie. Und das ist aber jetzt vorbei. Jetzt ist Inflationsdruck im System. Jetzt können die Notenbanken, die Anleger, nicht jedes Mal wieder raushauen. Das sei jetzt die Zinswende und der große Dauerlong, der ist jetzt vorbei. Und da würde ich tatsächlich auch sagen, das ist eine Gefahr. Ich mache mir jetzt nicht so sehr Sorgen, dass jetzt direkt der Riesen-Crash kommt die nächsten Monate. Aber wir haben vielleicht völlig falsche Erwartungen an die Aktienmärkte an sich. Das ist noch mal der S&P 500 Index. Die letzten 40 Jahre jetzt. Er ist in dieser Zeit gestiegen von 171 auf 4.264 Punkte. Er hat sich also vor 25 gebracht. Es hat harte Einbrüche gegeben, mehrere im Jahr 2000, dann Finanzkrise 2008, dann Covid-Einbruch noch. Aber unterm Strich geht es seit mehr als 40 Jahren massiv bergauf. Und das natürlich angetrieben von Marktzinsen, hier wieder die Bonds, die in der gleichen Zeit massiv gefallen sind. Bis jetzt zumindest. Und unabhängig davon, ob wir jetzt die große Zinswende haben oder nicht, aber mehr als 40 Jahre Dauerrallye, das hat uns natürlich alle geprägt. Das ist unsere Vorstellung davon, was Börse ist und wie sie funktioniert. Und dass gleichzeitig aber dieser jahrzehntelange Zinsrückgang war, der so natürlich nicht noch mal kommen kann, das sehen wir nicht. Und damit zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Natürlich geht es an der Börse um Anteile an echten Unternehmen. Es ist also kein Betrug erstmal. Es ist auch kein Schneeballsystem oder sowas. Aber es verhält sich inzwischen ein bisschen wie ein Schneeballsystem. Weil die Börse wird nämlich betrieben inzwischen von Marktteilnehmern, die fast alle glauben, und das schon mindestens in der zweiten Generation, dass sie da jetzt eine Maschine vor sich hätten, wo man Geld reinsteckt. Und wenn man nur den breiten Markt einfach kauft und lang genug wartet, dann kriegt man sein Geld auf jeden Fall wieder raus und noch viel mehr dazu. Und das sei ein Naturgesetz. Und die, die vorsichtig waren in der Zeit oder selektiv oder die nicht all in waren die ganze Zeit und die nicht jeden Dip nachgekauft haben, die haben irgendwann mal gelernt, dass sie damit falsch gelegen sind immer und dass sie dumm waren. Und sie haben kapituliert. Und ich halte es aber für eine völlig falsche Sichtweise. Das habe ich hier ja auch schon öfter gesagt. Und ich halte es tatsächlich auch für fahrlässig und für sehr verantwortungslos, wenn man unerfahrenen Anlegern weismacht, sie werden an der Börse auf jeden Fall gewinnen. Und ich gehe auch davon aus, dass es irgendwann die nächsten Jahre wieder an einen Punkt kommt, wo die Optimisten auch mal kapitulieren müssen. Schmerzhaft kapitulieren, weil wir nach 40 Jahren Rally in diesem System einen Grundoptimismus haben, der aber sehr, sehr wahrscheinlich überzogen ist. Und der Markt muss den irgendwann mal auch wieder rauspressen, zum Teil zumindest. Also wirklich vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch die Frage, ist es wirklich so schlimm, wenn es jetzt mal 5 oder 10 Jahre nicht nach oben geht? Dann hat man als Anleger wenigstens schon mal das Gefühl, dass man dem Markt nicht nur ständig immer hinterherläuft. Und vielleicht hat man ja sogar das Gefühl, dass es auch plötzlich wieder Sinn machen könnte, dass man sich mit dem auch beschäftigt, in das man investiert. Oder dass man sich sogar die Frage stellt beim Investieren, was kriege ich denn als Gegenwert? Was kriege ich denn für mein Geld? Ist das Ganze eine Gelegenheit jetzt oder nicht? Ich habe absolut nichts gegen passives Investieren. Ich sage auch nicht, dass es schlechter ist. Aber wenn immer mehr Marktteilnehmer glauben, dass es das Beste für sie ist, dass sie blind investieren und dass sie damit aber garantiert auch ihren Schnitt machen werden, dann ist entweder das System kaputt oder sie werden eben früher oder später doch abgekocht von anderen Anlegern. Es kann nicht auf Dauer gut gehen. Das hier ist ein Münzschieber. Kennen Sie vielleicht. Sie schmeißen oben Münzen rein und wenn Sie Glück haben und da die richtige Stelle treffen, dann schiebt Ihre Münzen andere Münzen dafür wieder raus für Sie. Das ist mein Lieblingsglücksspiel, weil es für mich das ist, was der Börse am nächsten kommt. Nicht Roulette, auch nicht Toto oder sowas, sondern das hier. Man steht vor dem Ding, man sieht eine Konstellation vor sich und wenn man wirklich denkt, die ist jetzt interessant, dann wirft man Geld rein und vielleicht kommt dann ja auch wieder Geld dafür raus. Es ist zwar natürlich immer noch was anderes, wenn es um Unternehmen geht, die auch wirtschaften oder ob man jetzt nur in Münzen sozusagen investiert, die einfach nur rumliegen. Aber trotzdem, wenn mir jetzt jemand sagen würde, dass aus diesem Automaten alle Spieler immer mehr Geld rauskriegen, als sie reinwerfen, dann wäre ich doch ein bisschen skeptisch, was die ganze Sache betrifft. Das können wir aber gerne ein andermal hier vertiefen. Hier geht es zum Kanalabo hier unten. Ich freue mich natürlich auch auf Ihre Kommentare. Und wenn Ihnen aber kommentieren nicht reicht, wenn Sie das Thema ganz ausführlich ausdiskutieren wollen, hier ist bei der Rabobank die Seite von Michael Avery, sogar mit Telefonnummer. Selber schuld. Schönen Gruß dann auch von mir. Alles Gute Ihnen und wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schönen Gruß